In der heutigen Folge machen wir Ledge und Data Flipflop. Das sind so die schwierigsten Level, denke ich, fast im NAND-Game. Eigentlich gar nicht so schlimm, aber man kann sich da ordentlich in die Irre führen lassen. Gehen wir mal ins Ledge. Beim Ledge habe ich zunächst einmal an so etwas Ähnliches gedacht. Da gibt es dieses Standardkonstrukt mit zwei NAND-Gattern, die gegenseitig verschränkt sind. Wenn ich hier an beide Eingänge eine 1 lege, dann stellt sich ein Zustand ein. Und zwar, dieses eine NAND wird 0, da sind ja beide Eingänge 1. Das andere muss die 1 machen, da haben wir einen bestimmten Zustand. Wenn ich jetzt eine 0 hier setze, tut sich nichts. Das sind beide 0, da passiert gar nichts. Wenn ich den hier aber auf 0 setze, dann muss hier plötzlich eine 1 sein am Ausgang. Und die bleibt aber, auch wenn ich wieder auf 1 gehe, weil der andere dann umschaltet und hier eine 0 liefert. Und damit ist er verriegelt. Und auf die Art kann man letztendlich ein Bit speichern. Aber auf die Art finden wir nicht die Lösung. Das ist hier relativ einfach. Wir haben ja schon, wenn wir genau schauen, diesen Select letztens gemacht und angeboten bekommen. Und wenn wir den Select verwenden, dann ist die Lösung ganz simpel. Wir sagen, der Store, der soll ja sagen, ob gespeichert werden soll oder nicht. Der geht auf den Select. Und wenn der Store 1 ist, dann wird das Datenbit hier an den Ausgang gelegt, wird gespeichert. Wenn der Store 0 ist, soll der Ausgang bleiben. Und was machen wir da? Ganz simpel, wir nehmen den Ausgang und holen den uns in den Eingang für, wenn Store 0 ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine 1 habe, wird die aktuell nicht gespeichert. Ich setze Store, dann geht das raus, geht aber gleichzeitig auch an die 0. Und wenn ich den Store wieder auf 0 setze, dann bleibt das und bleibt gespeichert. So simpel kann die Lösung sein, wenn man mal draufgekommen ist. Gehen wir in den nächsten Level. Das ist optimal gelöst. Da haben wir das Data Flip Flop. Da wird es jetzt noch ein bisschen schräger. Wir haben hier zwei interne Variablen. Eine Variable in und eine Variable out. Und mit Store soll zunächst mal das Data an die Variable in gehen. Und mit Clock soll dann Out auf In gesetzt werden. Das heißt, dann geht es erst weiter. Wir brauchen also irgendwie von unseren Ledges, die wir uns gemacht haben, zwei Stück. Und wie verschalten wir die? Eine wird an den Ausgang gehen. Die andere wird an den Eingang gehen vom anderen Ledges. Also die hängen mal so beieinander. Und hier schicken wir die Daten rein. Das geht über zwei Stufen. Die letzte Stufe soll sein der Clock. Also ziehen wir den mal auf Clock. So weit runter. Und die erste Stufe soll sein der Store. Nicht wirklich. Können wir mal probieren. Da sagt er, nein, das passt nicht. Wenn Store 1 ist und D 0 ist, dann soll erst einmal der Ausgang das noch nicht reflektieren. Also noch nicht anzeigen. Schauen wir mal. D ist 0. Macht er eigentlich nicht. Aber wenn Clock 1 ist, macht er es doch. Das heißt, wir sagen, das soll er nie machen. Erst auf die Flanke. Dann sperren wir diesen Store nochmal über den Clock. Das heißt, ein Und reinsetzen hier. Und wir sagen, der Store geht nur dann an das Letge, wenn gleichzeitig der Clock auf 0 ist. Wenn der Clock high ist, wird Store nicht mehr berücksichtigt. Also müssen wir hier noch einen Inverter für den Clock einführen. Wenn der Clock 0 ist, ist der invertierte Clock 1 und der verschlüsselt über dieses End den Store. Ob der durchkommt auf dieses Letge oder nicht, sieht das ein bisschen wild aus. Aber das müsste die Lösung sein. Schauen wir mal. Sagt er, perfekt, wir haben eine Lösung. Allerdings 11 NAND-Gates. Wir wollen es natürlich mit möglichst wenig NAND-Gates lösen. Wie finden wir die Lösung? Dazu müssen wir uns nochmal anschauen, wie dieses Letge eigentlich aufgebaut war. Schauen wir mal in die Levels rein. Das Letge war letztendlich ein Select, wo der Ausgang auf den D0 zurückgeführt wird. Und wie war der Select aufgebaut? Hier haben wir den Select. Wenn wir den Ausgang hier auf diesen hier zurückführen, dann hätten wir unser Letge in einzelnen NAND-Bausteinen aufgebaut. Merken wir uns mal. Drei NAND, ein Inverter und den Ausgang hier zurückgeführt. Das bauen wir mal parallel in unser Flip-Warp hier rein. Drei NAND, ein Inverter und den Ausgang hier zurückgeführt. Also das da geht da rauf. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das hier irgendwie, ja so kann man es machen. Die gehen, vielleicht baut man es am besten so auf, dann sieht man das schön. Das wäre der Aufbau. Hier hat man einen Inverter. Das ist unser Dateneingang und das ist unser Store-Eingang. Das wäre das Letge. Von diesen Letges nehmen wir jetzt zwei Stück. Das heißt, wir ersetzen erst mal dieses Letge. Der Store-Eingang muss auf beide gehen, also auf A und auf den invertierten A. und Daten geht auf B. Also raus mit dem Letge. Daten auf B und den Store dahin und dahin. Der Ausgang geht dann hier rein. Und dann schauen wir einfach mal, ob das immer noch so läuft. Läuft, kein Fehler gemacht. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal für das zweite Letge. Wieder zwei NANs, drei NANs, ein Inverter, den Eingang hier auf den Ausgang. Die beiden schön miteinander verbinden. Das sieht jetzt chaotisch aus, wirkt gleich besser. Das ist der invertierte Eingang. Dann können wir der Dateneingang ist der Eingang B. Der muss also jetzt hier hingehen. Der Store-Eingang sind beide A und invertiert. Der kommt aus Glock raus. Also das geht nach Glock und das geht auch nach Glock. Das letzte Kahn weg. Und schließen wir hier an. Schauen wir mal, ob alles passt. Funktioniert immer noch. Sehr gut, dann räumen wir mal ein bisschen auf. Also dieses NAN muss ein bisschen nach unten, dass wir den Platz, wir können hier, ja haben wir ein bisschen was verschenkt, da kann ich den ein bisschen größer machen. Das baue ich mal hier nach unten. Das da kommt am besten hier irgendwie rein. Ah, es sieht sehr wirr aus alles. Den ziehe ich mal da ganz weit nach drüben. mit Inverter. Jetzt wird es ein kleines bisschen klarer. So kann man es vielleicht lassen für das Erste. Jetzt ist die Frage, wie kann man das noch vereinfachen? Was sehe ich hier? Hier haben wir zum Beispiel den Glock invertiert und da haben wir den Glock nochmal invertiert. Muss ja nicht sein, da reicht doch einmal invertieren. Also sagen wir, B geht auf den invertierten Glock und der zweite invertierte Glock fällt raus und dann sind es nur noch zehn NAND geht es. Aber er sagt, es geht immer noch mit weniger. Schauen wir, wo wir noch ansetzen können. Wir haben hier zum Beispiel ein Endglied. Ein Endglied, wissen wir, ist ein NAND mit Inverter. Den Inverter haben wir hier ohnehin, den brauchen wir. Wir brauchen sowieso beides. Wir brauchen es invertiert und wir brauchen es nicht invertiert. Ob wir jetzt ein End invertieren und wieder invertieren oder gleich das NAND nehmen und nur einmal invertieren, kommt doch aufs Gleiche raus. Ich schmeiße also dieses End hier raus, nehme dafür ein NAND. NAND schließe ich an an den Store und an den Inverter, so wie das vorher war. Den zweiten Inverter brauchen wir nicht. Wir haben ja hier schon einen. Den nehmen wir. Jetzt haben sich aber dadurch die beiden Eingänge vertauscht. Das heißt, das da muss, das heißt, ich ändere jetzt die Rückkopplung auch auf die andere Seite und mache dafür hier den Dateneingang ran. und der kommt raus und kriegt den direkten NAND-Eingang. So kann man es machen. Dann schieben wir das alles noch ein bisschen schön zurecht. So müsste das Letge passen. Schauen wir mal. Also, wir machen Daten auf 1, machen Store, da tut sich aber noch nichts, machen den Store wieder auf 0. Erst wenn der Glock kommt, kommt die Daten auf 1 auch raus. Wenn der Glock auf 0 geht, ist das Spiel vorbei. Das sollte so passen, completedes Level und jetzt haben wir tatsächlich die optimale Lösung gefunden. Ist also eine ziemlich unübersichtliche Sache. Man kann es vielleicht noch ein kleines bisschen schöner hier zurecht rutschen. Aber viel besser wird es nicht. Ist und bleibt einfach ein kleines Kuddelmuttel hier. Aber wir haben die Lösung und die anderen Teile, die machen wir beim nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF,